Was ist die Übung für die Übungsanlage? Wir sind unterschiedlich. Der Bay-Course ist sehr schön gelegen. In Europa habe ich so einen schönen Kurs noch nie gesehen. Der Dunes-Kurs ist auch sehr schön und technisch sehr viel anspruchsvoller. Wir haben es wirklich genossen hier. Alle Leute, die auf dem Trip waren, alle 46 und kommen bestimmt wieder. Wir wissen ja, dass der Ian und die Linden eine sehr gute Rhetorik haben und gewisse Dinge auch sehr gut anpreisen können. Aber es steckt auch tatsächlich viel dahinter. Im Vergleich zu Pinecliffe würde ich sagen, haben wir da nochmal ein ganz neues Level erreicht. Durchwegs überzeugend. Also es war wunderbar. Hallo und ich bin Larisa auch aus Zürich. Wir sind hier am Freitagabend angekommen und als am Morgen die Sonne aufging, war es wunderbar. Eine ganz tolle Sicht aufs Meer, superschöne Hotelzimmer, ganz nette Stuff, einen superschönen Spa, den man auch verkaufen kann. Tolle Restaurants, auch ausserhalb des Hotels. Es macht wirklich ganz viel Spass und man kann sich sehr, sehr gut erholen. Und das Schönste ist, es ist alles ziemlich unberührt noch. Das Resort an sich ist natürlich tiptop gemanagt, gepflegt. Aber wenn man dann ein bisschen ausserhalb die Landschaft erkundet, dann ist es wie vermutlich Europa oder Westeuropa vor 100 Jahren. Also sehr unberührt, sehr interessant und mit wunderbaren Aussichten. Also sehr unberührt, sehr unberührt, sehr unberührt.